3D auf der Playstation 4 sieht. Das ist unser erster Versuch, fortschrittliche Hautshaders mit Durchsichtigkeit, realistischen Augenshaders, volumetrischen Lichtern, 3D-Tiefe und vielen, vielen anderen Features zu benutzen, wie sie normalerweise nur computeranimierten Filmen vorbehalten sind. Das ist die erste Qualität, die wir in künftigen Spielen erhalten werden und wir können noch weiter gehen. Wichtiger als diese technischen Features sind jedoch, dass man einen Punkt erreicht, wo man subtile Emotionen auf dem Gesicht einer Figur erkennen kann, wo man die Emotionen spüren kann, wenn man das Gesicht anschaut und man sieht die Seele in seinen Augen. Wenn man sich diesen alten Mann anschaut, dann kann man vorstellen, wer er ist, was er denkt, was ihm passiert ist, ohne dass er überhaupt ein Wort äußert mit der PS4. Das ist die erste Qualität, was ihm passiert.